Heute möchte ich euch mal erklären, wieso ich eigentlich in ETFs investiere und nicht in Einzelaktien. Doch bevor ich dazu komme, natürlich wie immer der Hinweis, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, abonniert doch gern den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werde ich nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Hier findet ihr alles rund ums passive investieren und deshalb, wie ihr es wahrscheinlich schon herausgefunden habt, bin ich ein großer Fan von ETFs und wenn euch dieses Video hier gefällt, dann ist dem Ganzen doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und als großer Fan von ETFs investiere ich natürlich auch in ETFs, ganz ganz klar. Und wieso ich die ETFs den Einzelaktien vorziehe, hat einige kleinere Gründe, aber vor allem möchte ich mir hier einfach den Druck nehmen, mich irgendwie entscheiden zu müssen. Denn ein ETF, da gibt es schon genügende Auswahl, über 1000 verschiedene ETFs kann ich hier in Deutschland kaufen und verkaufen, von Einzelaktien ganz zu schweigen. Da gibt es ja bereits in einem ETF wie zum Beispiel dem MSCI World über 1600 Unternehmen aus über 20 Ländern. Das ist mal richtig krass und bei dieser ganzen Hülle und Fülle von verschiedenen Unternehmen, die es auf der ganzen Welt gibt, möchte ich mich eigentlich nicht entscheiden. Und deshalb ist so ein ETF was unfassbar praktisches. Dazu kommt dann auch noch, das sind jetzt alles keine einzelnen Argumente, sondern es baut alles aufeinander auf. Man kann auch nicht wirklich sagen, wo es genau anfängt, aber das ist im Prinzip so der Grundstock, dass ich hier im Prinzip mich auch nicht falsch entscheiden kann, wenn ich einen breit gestreuten ETF eben nehme, weil ich hier auf jeden Fall dann die Marktrendite quasi mitnehme. Und das ist ja das, was ich mindestens erreichen möchte. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von dieser breiten Streuung, weil ich mich dann nicht irgendwie gezungen fühle, irgendwie mich entscheiden zu müssen. Ich habe auf jeden Fall eine langfristig positive Renditeerwartung, weil ich eben von Wirtschaftswachstum im Allgemeinen profitiere und weshalb ich ETFs noch so toll finde, ist, dass ich einfach auch in schwer zu investierende Markte eben ganz leicht investieren kann, wie zum Beispiel in die Emerging Markets. Oder auch, wenn ich mir einzelne Nischen, einzelne Branchen angucke, die ja durchaus ihre Daseinsberechtigung auch in einem ETF-Portfolio haben, da muss man nicht immer nur die klassische Variante in All Countries World oder irgendwie 70-30 MSCI World und Emerging Markets nehmen. Nein, da gibt es auch die Möglichkeit eben eine etwas Zumischung, eine Beimischung eben noch reinzunehmen. Und das kann zum Beispiel durch so einen Nischen-Branchen- ETF passieren. Und hier kann man dann sich quasi dafür entscheiden, okay, super cool, ich möchte an den hohen Ausschüttungen der Ölkonzerne zum Beispiel teilhaben. Aber ich habe nicht jetzt Lust, irgendwie mir eine einzelne Shell zu kaufen. Das finde ich ein bisschen blöd. Da investiere ich lieber eben in so einen ETF, der diesen Bereich abdeckt. Da kann ich einerseits eben in viele dieser Unternehmen investieren und andererseits eben auch an diesen starken Ausschüttungen, an diesen hohen Ausschüttungsrenditen eben auch partizipieren, die solche Unternehmen generell haben. Das sind für mich so eigentlich die Hauptgründe, warum ich in ETFs investiere. Und das ist auch einfach unfassbar einfach. Denn das Produkt ETF mag zwar sehr schwer in verschiedenen speziellen Bereichen sein, aber grundsätzlich finde ich es doch sehr einfach zu verstehen. Vielleicht etwas komplexer als eine Einzelaktie, aber immer noch sehr einfach, dass man da sich nicht durch irgendwie großartiges Fachchinesisch quälen muss. Na klar, auch die Finanzmärkte haben ihre eigene Sprache und die muss man ein wenig dann zumindest etwas sprechen, um das Ganze zu verstehen. Aber das gilt sowohl für ETFs und andere Fonds, aber natürlich auch insbesondere für Einzelaktien. Wenn man sich hier die Kennzahlen, Fundamentalanalyse und so weiter anschaut, da fallen dann eben ganz schnell mal Begriffe wie Kursbuchwertverhältnis oder auch natürlich das KGV. Das sind alles so Sachen wie, ja, die man einfach irgendwie sich aneignen muss an Vokabular, die man neu lernen muss vielleicht und im Endeffekt dann auch verstehen muss. Das ist so, also wie gesagt, mein Thema, weshalb ich in ETFs investiere. Was ist denn da so eure Begründung, weshalb ihr in ETFs investiert? Schreibt mir das Ganze doch mal gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt, ob ihr vielleicht noch andere, weitere spannende Punkte habt. Denn das soll es an der Stelle mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Das soll es also an der Stelle gewesen sein und ich freue mich, werden wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!